servus liebe world of warcraft freunde und willkommen zurück zu einem neuen video wir schreiben samstag das bedeutet teil 2 der blizzcon online blizzconline wie auch immer man es aussprechen möchte und ich möchte euch an dieser stelle einen überblick über den zeitplan des zweiten tages geben damit ihr nichts verpasst wenn euch das video gefällt lasst ein like und ein abo da und aktiviert die glocke und damit starten wir auch rein in den zeitplan mal gucken auf den 21 februar bzw müssen wir mal am samstag bis zum ende scrollen da es da schon früher losgeht und zwar um 9 uhr unserer zeit also 21 uhr wir haben eine wo w fragerunde und wir haben jede menge community wettbewerbe das heißt da wird es cosplay geschichten und so weiter und so fort von der community geben und die besten einsendungen werden ausgewählt gucken wir noch mal kanal für kanal durch auf dem blizzard kanal laufen immer die highlights quasi aus den verschiedenen kanälen und die restlichen kanäle haben einen eigenen inhalt wenn ihr das ganze sehen wollte ich verlinke euch beispielsweise dem warcraft youtube kanal da könnt ihr das umsonst angucken dann haben wir ab ja kurz nach elf tralls entwicklung wo verschiedene personen weiß wie chrissy golden die viele romane geschrieben hat zurück auf tralls entwicklung gucken für lore fans sicherlich ganz interessant bei hearthstone haben wir auch zu beginn um neun eine fragerunde gucken uns dann an anhand von einer künstlerin die beispielsweise die reno jackson karte entstanden ist dann community wettbewerbe das bleibt gleich hier haben wir einen gastwirt doubles ok da haben wir also setzt euch zu terrence stone der stimme des gastwirts ans feuer und hört euch an wie die hearthstone community seine sprüche nachahmt und dann haben wir noch einen streamer showdown um zehn nach elf wo viele streamer gegeneinander antreten in dem spiel bei diablo 3 haben wir auch eine fragerunde community wettbewerbe man kennt es ab kurz nach elf künstler bei der arbeit die schwarm mutter in diablo wo wir teams des oder teile des künstlerteams von diablo über die schulter blicken wie sie boss monster entwerfen bei overwatch gibt es die overwatch league schock gegen den rest der welt san francisco schock nehmen es mit einem dream team aus profispielern stream man community persönlichkeiten und überraschungsgästen auf ok das klingt ganz cool und dazu haben wir noch einen workshop schöpfung der community workshop ok auch das klingt ganz interessant bei starcraft bzw strategie haben wir erstmal community inhalte im rampenlicht der community wettbewerbe künstler bei der arbeit cardboard animation ok da sehen wir das team von cardboard animation und es zeigt uns wie filme produziert werden hat jetzt mit strategie nicht so viel zu tun aber gut lassen wir uns das mal dahin gestellt und dann gehen wir in die nacht rein nach zwölf uhr dann haben wir hier eine diablo kampagne von critical role geht von kurz nach elf bis 20 nach eins critical role veranstaltet ein besonders diablo abenteuer dass eine truppe von kriegern in die tiefen unter den ruinen von alt tristram führt schauen wir mal was das wird wo w3 als entwicklung geht da noch weiter danach haben wir der sound von world of warcraft shadowlands soundteam gibt einblicke und dann haben wir die kochecke wo eine profiköchin gerichtet zubereitet die auf zutaten und so weiter aus azeroth basieren das finde ich ganz interessant bei hearthstone geht der streamer showdown bis kurz vor 1 dann wir haben noch ein panel ratschläge von bob dem braumeister was haben wir danach zurück zu den anfängen die ersten jahre von blizzard dass eine wiederholung vom vortag diablo 3 auch hier künstler bei der arbeit geht noch weiter danach gibt es einen zweiten teil um 20 nach zwölf die overwatch league beginnt um 10 nach zwölf geht bis 20 nach 1 und davor haben wir weiter noch den panel schöpfung der community im workshop strategie selbes spiel die vorherige aktivität geht weiter danach haben wir das blizzard atelier tracer wird gezeigt wie tracer entstanden ist plus roadhog im anschluss und auf jedem kanal haben wir von 20 nach 1 bis halb 2 die zusammenfassung des tages das war's mit den überblicken zur blizzcon am zweiten tag sucht euch raus was euch gefällt guckt es euch an ist komplett umsonst beziehungsweise eher kostenlos ich wünsche euch falls ihr das macht ganz viel spaß dabei zusammenfassung zu den interessantesten ww inhalten da steht vor allem der tag 1 im vordergrund denn so koch sachen und so weiter interessieren jetzt eher weniger es interessiert uns was kommt vielleicht bei der fragerunde noch raus und was erwartet uns in der zukunft die gibt's dann frühestens ab sonntag abend da ich vorher nicht da bin aber schauen wir erst mal was auf uns zukommt in diesem sinne ich bedanke mich bei euch fürs zusehen bis zum nächsten video und rein gehauen bis zum nächsten video 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 bis zum nächsten